Kimchi ist ein traditionelles koreanisches Gericht aus fermentiertem Gemüse, das hauptsächlich aus Chinakohl und koreanischen Radieschen mit verschiedenen Gewürzen und Gewürzen hergestellt wird. Der Fermentationsprozess führt zur Entwicklung nützlicher Milchsäurebakterien, hauptsächlich Lactobacillus. Aufgrund dieser Mikroorganismen sowie der Vielfalt der bei der Zubereitung verwendeten Zutaten wird Kimchi oft für seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile gelobt. Schauen wir uns die sechs wichtigsten gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Kimchi an. Auf Platz ersten verbessert die Verdauungsgesundheit. Fermentierte Lebensmittel wie Kimchi sind reich an Probiotika, lebenden Bakterien, die für den Darm nützlich sind. Probiotika können dabei helfen, die Darmmikrobiota auszugleichen, indem sie das Wachstum nützlicher Bakterien fördern und schädliche Bakterien unterdrücken. Dieses Gleichgewicht kann dazu beitragen, Symptome im Zusammenhang mit Magendarmerkrankungen wie Reizdarmsyndrom, Verstopfung und Durchfall zu lindern. Auf Platz 2 hilft bei der Behandlung von Diabetes. Einige Studien deuten darauf hin, dass Kimchi dazu beitragen kann, die Insulinsensitivität zu verbessern und den Blutzuckerspiegel zu senken, was möglicherweise Menschen mit Typ-2-Diabetes oder einem Risiko, daran zu erkranken, zugutekommt. Auf Platz 3 hat Anti-Aging Eigenschaften. Die in Kimchi enthaltenen Antioxidantien bekämpfen nicht nur oxidativen Stress, sondern können auch dazu beitragen, den Alterungsprozess zu verzögern. Es ist bekannt, dass oxidativer Stress die Alterung auf zellulärer Ebene beschleunigt. Daher können Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind, wie Kimchi, Anti-Aging Vorteile bieten. Bei Nummer 4. Verbessert die Gehirngesundheit. Die Darm-Hirn-Achse ist eine bidirektionale Kommunikationsverbindung zwischen Darm und Gehirn, die eine wichtige Rolle für die psychische Gesundheit spielt. Die Probiotika in Kimchi können diese Achse beeinflussen und möglicherweise Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und anderen Stimmungsstörungen zugutekommen. Bei Nummer 5. Verbessert die Hautgesundheit. Die Vitamine, Mineralien und Antioxidantien in Kimchi können zur Gesundheit der Haut beitragen. Erkrankungen wie Akne und Ekzeme werden mit der Darmgesundheit in Verbindung gebracht, und da Kimchi die Darmmikrobiota verbessern kann, könnte es potenzielle Vorteile bei Hauterkrankungen geben. Und schließlich bei Nummer 6. Verbessert die Knochengesundheit. Kimchi ist eine Quelle für Vitamin K, das bei der Knochenmineralisierung eine Rolle spielt. Die richtige Zufuhr von Vitamin K kann dazu beitragen, die Knochendichte aufrecht zu erhalten und das Osteoporose-Risiko zu verringern. Denken Sie daran, dass einige der leckersten Gerichte wie Kimchi nicht nur unseren Geschmack verbessern, sondern auch Vorteile für unsere Gesundheit haben. Lassen Sie uns also die Kombination aus Geschmack und Gesundheit von Kimchi auf Ihrem Weg zu einem gesünderen Leben nutzen. Verwandte Artikel und Aktualisierungen finden Sie in der folgenden Beschreibung. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Bitte liken und abonnieren, um in Verbindung zu bleiben. Dankeschön!